Da hier ist Öl. Oder wo ist Öl? Da muss ich lang. Der springt jetzt ins Wasser unten rein. Ich hab ihn umgebracht. Kletter doch. So steh ich manchmal nicht wie die. Okay. Ah, okay. Tagieren. So, okay, dann haben wir das schonmal. So, noch. Ab, da durch. Okay, ja. Geh nicht hin, du. Gehen wir halt hier hoch. Manchmal sind die Sprünge ein bisschen, naja, an der Kamera nicht so, wie es sein sollte. Damals waren sie besser. So. So. Wie lang? Sind das denn Kakerlaken oder was? Den Sprung weiß ich doch schon. Oh mein Gott. Ich komme. Wer hat das erbaut? Wow. Was wird die Lampe wegpacken? Kann ich nicht machen? Hab ich nicht. Ich bin nicht. Hey. Den will ich haben. Der nächste number auch schon. Ich komme wieder. Wie komme ich da rein? Geh auf, verdammt! Here I am. Ah, ich muss ja um die EIN kümmern hier. Hab ich den ja gerade erwischt. Dafür wirst du bezahlen! Ich werde dich erledigen! Das würde ich jetzt nicht gewachsen. Komm schon! Verdammt! Dafür bezahlen! Alter! Der Feikling wirft mit Stein! Nein! Komm schon! Alle sterben! Ich habe die Artillerie zum Beenden der Belagerung abkommandiert. Stehlt das Artefakt und eure Belohnung wird viel höher als das, was Kommandant Bonaparte euch bot. Wohin bringe ich es? Okay. Ist das so? Ah, meine meine. Und... Kann ich mal hier mit anfangen? Ist hier eine Zeichen-Heinfolger? Ja, anscheinend... Guck mal hintergehen. Äh... Ah, ich habe es gefunden. Okay, wir brauchen erstmal ein Kreuz. Und das ist das hier. Ich würde sagen, würde. So, das hier mitmachen. Warte, 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 warte. Und dann kommt... der. Nö. Nö. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du dimmer als ein Besoffener! Nö. Kämpf, ihr Pfeiflinge! Mein Gott. Jetzt wieder keine Medizin. Mörser, Mörser, Mörser voll. Äh... Okay. Kann ich jetzt irgendwo hochklettern? Nein, ich stecke ein Ding an fest. Wie soll ich denn auch kommen? Da, an der Seite. Anscheinend. Was machst du denn? So, da komm ich noch hin. Das ist klar. Nur wie jetzt? Weiter hoch. Ach da. Das Relikt. Das Relikt. Nun, mein Freund, werden wir sehen, warum sie dich wollen. Keine Ahnung. Was kann man damit machen? Relikt beschaffen. Hm, halt E gedrückt. Ja, okay. Ja. 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 Das ist schwarze Magie. Der Kommandant darf es nie bekommen. Ich hau dich in der Mitte durch! Jetzt hab ich das Ding gecheckt... Sooo, ich hatte mal ne kleine Verschnaufpause gemacht, und jetzt wissen wir ja wie es funktioniert. Ah, ich will den Eden abgefüllen, ne? Das ist schwarze Magie! Der Kommandant darf es nie bekommen! Das ist schwarze Magie! Oh, ich hab gar nicht so viel Zeit zum Aufladen! Das ist schwarze Magie! Das ist schwarze Magie! Das ist schwarze Magie! Das ist schwarze Magie! Das werden immer mehr! Immer mehr, 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 mehr! Ja, sogar nach solchen Löchern die noch kriechen! Auf W ist normal! Aber auf jeden Fall geil! Warum haben wir denn damals schon mit dem Eden-Abfleimer rumgespielt, ne? Ich mach's! Das ist schwarze Magie! Das ist schwarze Magie! Das hat irgendwie die Brigitte in der Kontrolle! Der Kommandant darf es nie bekommen! oh der rade ist wie groß sein das darf nie unterbrochen werden ich probiere es jetzt mal noch ein zwei mal das problem ist er entlädt und dann halte ich schon wieder gedrückt und will eigentlich hoffen dass er schon wieder den nächsten aufladungszyklus macht aber anscheinend macht das nicht so wie ich es gerne haben will das ist schwarze magie der kommandant darf es nie bekommen ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay würde ich sagen Ah, mein lieber Arnaud Unsere Hoffnung für die Zukunft des Menschen beschränkt sich auf nur drei Punkte Napoleon Bonaparte Ihr werdet verhaftet wegen Verrats und Verlassen des Postens Ausmerzung der Ungleichheit zwischen verschiedenen Nationen Vorantreibung der Gleichheit in ein und derselben Nation Alle einsteigen Das hier muss zu Al-Mualim in Kairo Und schließlich Die wirkliche Besserung des Menschen Ach, Kairo wieder Gut, zurück zum Spiel Würde ich sagen Zurück zum Spiel Ah, Glitch, bla 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 Aber wir haben jetzt nicht alles gemacht, müssen wir dazu sagen Ich glaube aber mal, dass wir in die Welt noch einkommen Laterne Die haben wir jetzt gerade nicht ernsthaft bei uns Wir haben diese Laterne Können wir damit Kacke machen? Können wir die nicht aussusten? Ich will die haben Gib Äh, Auslustung Waffen Ich will die haben Beeintel dich Egal, scheiß auf ein Schwert Ich kämpfe damit Gucken Was haben wir denn jetzt noch auf dem Tagesplan? Äh Gar nichts mehr hier, ne? Zum Desktop, nein Wie kommen wir denn? Müsst ihr eigentlich wieder zurückkommen, oder nicht? Schauen wir mal Unerklärte Morde Hm Ich würde sagen Ich mache einen kurzen Cut Und ich will hoffen, dass wir uns dann in den nächsten Sequenzen wieder sehen Bis dahin Tschüdydlu Vielen Dank.